happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red or gamble ich spiele mal wieder free fire max und erst br ranket danach cs ranket viel spaß die erste runde geht los br ranket und ja ich würde mal sagen es wird spannend bestimmt hoffe ich aber es geht gar nicht weiter doch ich habe jetzt alle charaktere ich habe alle charaktere und spiele jetzt immer mit dem charakter mit den kleinsten level zurzeit ist es dieser charakter der ist level 1 der spiel aus dem schluss jetzt erst gekauft aber es gibt noch eine fähigkeit ich mir noch kaufen kann für 10.000 ich denke dann habe ich für diese coins alles gekauft was man kaufen kann die habe ich schon ich denke mal die letzte fähigkeit die werde wahrscheinlich nächste woche haben weil jetzt obwohl ich habe jetzt schon wieder 2000 zurzeit kriege ich irgendwie viel geld und danach kann ich halt dann nur noch für geld immer diese truhen kaufen eigentlich habe ich schon alles bis auf eine 3er Weste da komme ich gleich noch hin aber ich suche noch eine Torki so jetzt habe ich alles was mein Herz begehrt bis auf diese Weste noch die schusssichere Weste da hinten die Lichtse da auch gut jetzt da habe ich alles alles Medipack habe ich guck da ist auch ein Medipack kann ich auch gar nicht mehr aufsammeln da ja eh ja aber muss ich mein Autofahren wieder einstellen da hinten ist ein Spieler da ja 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 Dann war erstmal den da. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade... Stand da nicht gerade, dass er ein Spieler ist? Oh, Futter. Erstmal ein Pilz essen. Ok. Trennen wir mal wieder schnell da rein. Ich kann nichts gebrauchen. Oh, Level 4er Weste. Schön. Hm. Was für eine Fähigkeit hat die eigentlich? Was für eine Fähigkeit ist? Was für eine Fähigkeit ist? Triple kill! Wadra kill! Wurzeln! Wurzeln! Das war hier. Hepageert! ok Munition noch voll Ich bin schon gespannt welchen Spieler ich am Freitag benutze, äh Spieler welchen Charakter ich am Freitag benutze. Da noch einer 3 KI Standort haben nichts gemacht 1 2 2 3 4 6 6 13 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 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 16 16 18 16 20 20 21 21 21 Noch ein einziger. Wo ist der letzte? Gehe ich da dahinten. Ach KI. KI. Boah, yeah. Sieht voll witzig aus hier der Anzug. Das Oberteil schaut durch die Hose durch. Ach ja. Na gut, jetzt geht es zum CS Ranked oder CS, je nachdem was schneller geht. Also ich fange mit CS an, wenn es über eine Minute ist, switche ich um. Gut, dann bis gleich. Okay, und es ist CS normal, kein Ranked. Zupi. 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 Das war's. Help me out! Double kill! Triple kill! Wee! War das spannend. Komm! Und den nehmen wir auch noch. Das ist insofern mit der Rüstung schon mal komplett ausgerüstet. Haben hier natürlich diese UPS, Doppel-UPS. Oder die andere, keine Ahnung, egal. Schade, schade. Ein blindes Hup findet auch mal ein Korn. Mein MP5. So will ich Geld bekommen. Du, 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 du. Gegner gesichtet Mist! Wir wollen ihnen einen kleinen Vorsprung geben und dann am Ende gewinnen wir noch das ist so der Plan Wie ihr glaubt das nicht? Alles Taktik! Wir lassen sie jetzt erst mal so weit führen und dann sind sie so überheblich und denken ah die können ja gar nichts und dann zack zack haben wir gewonnen Wuuu 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 es gibt es doch nicht das gibt es doch nicht meine ich hatte drei down geschossen drei stück auch ein bisschen ärgerlich ein bisschen oh shit jetzt habe ich nur eine abkampfwaffe ich wollte eigentlich noch die eine pistole kaufen sind ja ja Okay. Help me! Thanks! Help me! Guck mal, ich fühl mir wieder die Matte. Ich verbessere den hier. Ich mache es nicht. Hier gibt es Ressourcen. Hier gibt es Ressourcen. Ah. Bisschen weggehe ich gerade. Ich sag ja, wir wollen die so weit zum führen bringen, und dann ziehen wir so sowas von ab. Guter Plan, oder? Okay. Hier gibt's Ressourcen. Hier gibt's Ressourcen. Das machen die schon. Ich hab schon genug getan. Gute Arbeit! Tada! Wieder gewonnen! Oberteil und Hose. So witzig. Guck das Oberteil bei der Hose raus. Oh, ich war der beste Spieler. Wie kann das passieren? Obwohl ich eigentlich gar nicht so gut war. Dach habe ich so das Gefühl eigentlich gehabt. Egal. Gut. Dann machst du das für heute. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes mal seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.